Und dann gehen wir pennen. Mal wieder. Aber es verbrauchfähig ist nicht so viel Hunger. Die trinken die ganze Zeit Milch, deswegen klingt das so ganz komisch. Cool. Das war unsere Schaufel, unsere letzte. Boah, ihr habt zehn Schaufel, wenn ihr müsst. Ach du Scheiße. Wir können ja noch Zeit machen hier, das ganze Zeug schmelzen. Na, lass mich nehmen. Ja. 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 Das kann ja rein. Das kann auch hier drin bleiben. Das brauche ich grad nicht, das brauche ich auch nicht. Huh? 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 Uh, das brauche ich. Huh? 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 Jetzt ist es zu spät. Hu. Jetzt ist es zu spät. Das war's für heute. 30 stück das mache dann als erstes wort mit denen zauberungs tisch mit zack deswegen verzauberungs tisch gar nicht machen erst mal so oder so noch bücher wir aktuell nicht haben und wir brüchten halt obsidian das war natürlich nicht abbauen können wir können abbauen wir kriegen es aber noch nicht dadurch im inventar nicht so sinn der sache das war so viel stein los rechts klick gedrückt so ein weg gebaut alles geplant natürlich ich merke schon das wird eine welle dauern hier werde ich noch nicht so auf commentare eingehen also wo das eigentlich optimal hier habe ich gerade zeit dafür und können auch nehmen wir auf die kommentare achten scheiße oder könnt ihr mal in die kommentare schreibt wenn das video herauskommt ob ich nicht einfach das als live jetzt play macht dass ich das auf twitch stream oder halt auf youtube und im nachhinein das als einzelne paar lade das von nebenbei ideen reinschreiben könnte oder sowas sondern hat nicht die ganze zeit nur zugrunde sondern dass man auch mit interagieren kann oder halt einfach nach nachgucken ja die idee ist ganz cool das können wir so umsetzen oder das typische das ist eine heidene arbeit hier das ist eine richtig beschrieben der aufgabe die müssen wir machen von nix kommt nix das ist aber auch schon wieder auf fast voll ne richtig ich kriege ich richtig 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 geile laune das mit dem gestein liegt nicht gerade am meisten auf jedes mal wechseln muss man da braucht es auch noch länger so wie das da auch rechts ja das hier da bringt mir noch nix was soll das kerker so 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 Tja, was mache ich mit so viel Erde, ne? Aber hier kann ich von mir aus ein schwarzes Loch füttern, aber naja. Naja. Gottverdammend, ey. Das Video noch so viel, oh, nee ey, das ist doch nicht dein ernstes Spiel. Doch ist es. Dann bauen wir das wieder von oben ab. Dann machen wir es ja mal besser, als dass es direkt das gesteignige Zeit dazu haben. Ja. 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 Oh, oh, oh. das ist jetzt gar nicht so spannendes aber was willst du machen ist wohl dunkel genug auch schon wieder so stein ach mann ach mann wasser los Oder es ist einfach eine Höhle drunter, ich bin nicht sicher, weil es ist akabelt, warum so an der Oberfläche direkt Stein ist. Wir inspizieren das Spiel da noch. Das kann man auch so lassen. 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 Das kann ich gut aufre伊μο, sch veio entlang,edehung Oktober